Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme CitySXL 2012. Nun auch endlich mit neuem Mikrofon. Ich hoffe mal man hört es. Ich weiß jetzt glaube ich, in der Testaufnahme habe ich mich jetzt von der Stimme her nicht wirklich anders angehört als mit dem alten Mikrofon. Aber diese ganzen Nebengeräusche, die ich immer hatte, waren weg und das wollte ich ja damit eigentlich erreichen. Weil halt ständig irgendeine Klapper drin war, das das Mikrofon mit aufgenommen hat. Das sollte jetzt bei dem hier nicht mehr sein. Und ich hoffe auch, dass die Stimmqualität vielleicht ein bisschen klarer ist, dass man mich besser versteht. Ich baue da jetzt einfach mal drauf. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren sagen, wie es ist. Ob ihr was merkt, ob da wirklich ein größerer Unterschied ist oder ob es einfach egal ist. Vermutlich werden die meisten das nicht merken. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Ich wollte ja diese ganzen Nebengeräusche weg haben und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Letztes Mal habe ich ja mich ein bisschen mit dem Autobahn-Dreieck aufgehalten. Hier wollte ich ja noch dank dem Kommentar, den ich letztes Mal bekommen habe, noch ein paar Nebenstraßen reinziehen. Das habe ich natürlich wieder vollkommen vergessen. Weil ich mit diesem Autobahn-Dreieck beschäftigt war, das ja dann super funktioniert hat im Endeffekt. Und ziemlich hübsch aussieht. Ich hatte gerade noch einen Tipp ausprobiert aus dem Internet, der mir gesagt hat, ich soll doch die ganzen Sounds in diesem Spieleverzeichnis alle auf MP3 konvertieren und das dann irgendwie ändern. Und das soll irgendwie Performance bringen. Das hat allerdings nicht funktioniert. Ist wahnsinnig eine schöne Idee. Wenn sie nichts bringt, bringt es allerdings relativ wenig. Deswegen, ja, musste ich gerade erst mit der Aufnahme unterbrechen, weil die ganzen Sounds weg waren und da ist mir auch nur das Spiel abgeschmiert. Und dann, naja, ist ja nicht viel verloren gegangen. Gott sei Dank. So, ich weiß, hier sollten ein paar mehr Straßen rein. Allerdings habe ich auch da wenig Luft, dass ich da Straßen durchziehen könnte. Das ist das Problem. Ja, sieht man ja hier. Geht nicht so wirklich gut. Es sind halt immer irgendwelche Gebäude im Weg, was das alles ein bisschen schwieriger macht. Ich könnte vielleicht das Gebäude... Ne, das geht nicht, ne? Das kann ich vermutlich nicht woanders hinstellen. Ich kann aber mal probieren, wenn ich hier vielleicht... Eine Straße durchbekomme. Das geht so nicht, schade. Hier geht es aber, damit das Gebäude vermutlich nicht mehr hinpassen da. Ne, das hatte ich vermutet. Ja, gut, dann lassen wir das weg und machen wir das Gebäude lieber wieder hin hier. Vielleicht können wir es mal so probieren. Vielleicht geht es dann mit der Straße noch. Ne, ist zu... Ist zu knapp, der Platz hier. Schade. Naja. Ist halt alles ein bisschen zu beengt. Ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden wie so ein Viertel hier hinten. Weil das alles hat noch so ein bisschen hingeklatscht aussieht. Auch mit dem Zeug hier. Auch mit der Brücke hier. Das sieht alles noch ein bisschen schlecht aus. Hier müsste man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an das... An den Hang ranbauen. Dass das... Dass dieser Hang nicht so extrem hier ist. Da könnte ich eigentlich mal schauen, dass ich das mache. Ich weiß, ich wollte die Autobahn eigentlich weiter bauen. Das werden wir auch noch tun. Huch, ne, falsch. Versteht sich ja von selbst, dass wir das noch tun werden. Allerdings muss ich da halt erstmal schauen. Hätte es gern ein bisschen größer hier. Ich finde es schon mal gut, dass angezeigt wird, wenn was gelöscht wird hier von diesen Gebäuden. Ja, soviel zum Thema. Habe ich ja gerade noch erwähnt, ne? Finde ich auf jeden Fall gut, weil sonst wüsste man vermutlich die meiste Zeit nicht, was man da gerade abreißt. Das könnte ruhig ein bisschen größer werden hier. Achso, verändert das. Doch, das verändert die Größe des Teils hier. Okay, gut. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt hier... Ein bisschen schauen, dass ich das noch ein bisschen anpassen kann hier. Dann wird der Hang steil, aber das sieht man an sich ja sowieso nicht wirklich. Deswegen kann man das auch lassen. Und schauen, dass man vielleicht dann hier... Okay, das war jetzt eigentlich nicht ganz so geplant, aber muss jetzt leider mal kurz. Ja, jetzt muss halt da ein bisschen was dran glauben, leider. Auch straßentechnisch, ich mache das mal ein bisschen kleiner noch. Schauen wir mal, dass wir das noch hinbekommen hier. Die Gebäude kommen gleich wieder hin, keine Sorge. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich das hier ein bisschen hinbekomme. Komm, reißt euch ab und dann kommt er gleich wieder hin, wenn hier alles eben ist. So, jetzt ist es auf jeden Fall mehr eben als gerade. Hier haben wir jetzt einen Hang drin, das macht aber auch nichts. Das ist jetzt mal nicht so tragisch. Den sieht man eigentlich nur, wenn man reinzoomt dann. Und das möchte man ja nicht. Bei dem Spiel möchte man gar nicht reinzoomen, weil das dann alles kacke aussieht teilweise. Gut, bei SimCity auch, das hat man ja auch schon gesehen. Das ist ja auch teilweise so, dass die Hangphysik, wenn man das überhaupt Physik nennen kann, da nicht ganz optimal... Nein! Ah! Nein, ich hab die... Ah, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Ah! Verdammt! Scheiße! Ich hoffe mal übrigens, dass es von der Lautstärke her... Gut, ich pegele das dann sowieso aus, aber ich hoffe einfach mal, dass die Lautstärke in Ordnung ist. Auch vom Unterschied her, dass da nicht irgendwie jetzt der Lautstärkeunterschied so extrem ist, dass man sich das nicht mehr anhören kann, was ich da vor mir gebe. Kann auch gut sein. Ist, wie gesagt, jetzt alles noch neu und unaprobt. Da muss ich dann alles nochmal schauen, wie das wird. Äh, wieso hat mein Handy gerade vibriert? Wieso vibriert mein Handy? What the fuck? Hab ich mir das jetzt eingebildet, dass mein Handy... Ne, das vibriert, hä? Warum zur Hölle vibriert mein Handy? Moment, das muss ich jetzt kurz nachschauen. Ach so. Hä? Ach so, das ist Skype. Moment mal kurz. Haha, das Blöde ist, dass Skype mir keine Anzeige hier gibt. Moment mal kurz, ich muss kurz zurückschreiben, ist wichtig. Moment. Äh, das ist jetzt blöd, voll professionell. Aber es gibt halt leider nur mal Sachen, die muss man sofort beantworten. Ich hab mich schon gefragt, what the fuck, warum vibriert mein Handy jetzt? Dabei war das Skype. Ich denk mir schon, irgendwas ist doch da jetzt faul. Kollektive Verwirrung hier. So, schauen wir mal, ob wir das wieder weiterbauen kurz. Ich möchte das möglichst irgendwie auch da reinbekommen. Das Problem ist halt, dass das wieder mal jetzt so ein Gefummel wird. Da hatten wir ja damals schon das Gefummel. Dass das nicht so wirklich funktionieren möchte. Wie ich das so haben will. Hatten wir ja damals das Problem schon. Kann ich denn das mal möglichst parallel hier reinführen? So. Dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht hinten ran bekommen. Ja, ist aber nicht jetzt so unbedingt das, was ich wollte. Ich wollte ja eigentlich eher das so haben. Und dann hier ran. Ja, dann ist der Tunnel aber zu... Der Tunnel sollte schon hier irgendwo dann parallel rauskommen, ne? Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Äh, am besten so. So, haben wir es doch. Moment, mein Handy vibriert gerade wie ein Verrückter. What the fuck? Jetzt kriege ich auch noch eine WhatsApp-Nachricht. Was ist los? Alter Schwede. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei kleine Cousins, 12 und 15 Jahre alt. Die schreiben mir gerade alle beide. What the fuck? Wie gesagt, es gibt Menschen, die sind einem tatsächlich wichtiger als Aufnehmen. Da muss ich auch kurz mal unterbrechen. Tut mir leid. Ich bin da sowieso nicht so der Aufnahmeprofi, dass ich hier die Aufnahmestrick durchziehe, dass mich ja niemand stören darf und so. Das bin ich ja nicht. Das ist ja... Ne. Mag ich auch nicht sowas. Ne? Ich bin da der Meinung, dass so... Auch so Aufnehmen und so Let's Playen sollte irgendwie natürlich wirken. Weil man halt ja für euch mitzockt. Und ich bin ja unter dem Zocken auch nicht so diszipliniert, dass mich niemand stören darf. Ich bin da halt nicht so der Typ. Und es gibt halt, wie gesagt, Sachen, die sind wichtiger. Die muss man kurz mal verstehen auch. Gibt halt Menschen, für die macht man sowas, ne? Ob es jetzt die Freundin ist oder hier irgendwer anders, irgendwelche anderen Menschen, das muss man dann Ausnahmen machen in dem Sinne. Es läuft gerade erstaunlich flüssig, das Spiel. Das wundert mich. Das Problem ist, So wie ich meine... So wie... Also, beim Großen... Der ist ja 15 Jahre alt. Da ist das kein Problem. Der stört einen auch nicht mehr, wenn man sagt, der Kleine ist da ein bisschen penetranter. Deswegen werde ich jetzt vermutlich hier ständig irgendwelche Vibrationen von dem Handy haben, weil der nicht locker lässt. Toll. Professionellste Aufnahme ever. So. Schauen wir mal weiter. So. Ich hoffe mal, dass er jetzt dann nicht mehr schreibt, wenn ich nicht antworte. Ach, das ist das blöde Eichhund, ne? Ne, nicht mal. Weil das Eichhund sieht nämlich von der Textur her vom Gebäude genauso aus, funktioniert aber nicht. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das backt ja rum, leider. Das ist dann alles ein bisschen suboptimal gelöst. So, hier können wir jetzt schön an den... Ja, also zumindest teilweise können wir da an das Ding ran bauen. Ach, da kann ich hohe Dichte bauen. Gut. Das ist für die hohe Dichte optimiert, das Gebiet. Super, gefällt mir gut. Kann ich hier ein bisschen was bauen? Also, bis auf hier. Ich muss halt da schauen, dass ich das Gebiet ein bisschen effektiver nutze, ne? Okay, das, glaube ich, wird eher nichts, aber so könnten wir es bauen. Ich könnte es ja auch so noch weiter bauen, aber das sieht eher bescheiden aus, muss ich zugeben. Ich könnte ja hier noch... Da können wir mal schauen, vielleicht kriegen wir da hinten noch ein Gebäude, noch irgendwelche Gebäude hin. So Büro vielleicht, noch ein paar kleine Büros oder so. Ja, hier nicht, das ist schon klar. Ja, hier hinten ist die Steigung dann so extrem, das ist schade. Aber wir haben doch hier ein paar so Mod-Gebäude, die kleiner sind, oder? Täuscht mich das. Hier gab es doch immer so... Naja, sowas jetzt nicht unbedingt. Ich bin bei Wohngebäuden, ne? Damn it! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so haben. Hier hinten hätte ich aber gern was Kleineres. Hier sowas, das passt doch perfekt. Ich hätte halt eher gern was Kleineres, das hier hinpasst. Weil ich glaube, ich hatte da Mod-Gebäude, die kleiner sind, oder? Waren die hier vielleicht drin? Oder habe ich mich da ver... Habe ich da jetzt ein Irrtum, oder? Das sind doch die, ne? Die sind doch kleiner, genau. Gut, super. So, dann kann ich das abreißen, dann kommt hier hinten noch was hin. Ja gut, da ist dann die Steigung zu extrem, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber geht jetzt auch nicht anders. Hier kommt noch ein bisschen Hightech-Industrie hin, weil die brauchen wir auch. Beziehungsweise weiß ich gerade gar nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Moment. Warum haben wir minus elf... Ach ja, ich habe das Ding abgerissen gerade, ne? Das war jetzt natürlich sehr intelligent. Büros haben wir genügend, wir haben auch viel zu viele Arbeitskräfte. Warum auch? Immer. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich keinen Mod installiert, der das erklären könnte. Das wird mir ja immer gerne unterstellt. Ja, für Verkehr habe ich tatsächlich, glaube ich, einen Mod drin, der das Verkehrsaufkommen auf den Straßen verringert. Einfach, weil wir sonst so unheimliche Verkehrsprobleme hätten, dass es nicht mehr schön ist. Und das ist dann auch nicht so das Wahre, finde ich jetzt zumindest. Ach, guck mal, können wir auch bauen. Bringt uns aber nichts. Dann machen wir es lieber so, dass wir hier dann... Oh, das wollte ich gar nicht. Machen wir hier dann so einen Umkehrpunkt wieder. Die mag ich ja, die Teile. Dann bauen wir dann lieber... Ja, naja, da hinten Produktionsgebäude ist blöd, weil da halt da oben dieses Luxuswohnviertel ist und da möchte ich sowas eigentlich vermeiden. Weil sonst heulen die wieder wegen Luftverschmutzung rum. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das muss ich ja jetzt auch nicht unbedingt haben hier. Aber sowas könnten wir da hinbauen. Ist halt nicht jetzt ganz so klein, wie es sonst immer ist. Das muss das aber auch an sich gar nicht. Weil es sind ja alles keine Wolkenkratzer. Das geht dann alles schon noch klar. Solange es halt nur nicht so riesige, riesenfette Monsterwolkenkratzer sind, geht das alles noch klar. Ich hätte das intelligenter machen können, indem ich das hier hinten hin verlängere, ne? Muss ich die Straße hier da noch hinten verlängern noch? Dann kann ich hier noch ein paar Gebäude bauen. Dann mache ich das aber lieber so, dass ich hier das enger heranziehe und dann hier runter verlege, die Straße. Dann müssen wir halt hier schauen. Am besten machen wir das dann so, dass es doch hier unten durchgeht. Und dann sich einfach ein bisschen hier ran führt. Hallo? Spiel? Okay, das muss aber weg, sonst wird das alles ein bisschen arg hässlich. Dann machen wir das so. Mein Timer läuft. Ja, 46 Minuten haben wir noch für die Aufnahme. Ne, sowas hohes will ich da nicht haben. Das ist das Eichamt, oder? Ne, Schwerindustrie. Hä? Ach, das ist niedrige Dichte, bin ich gerade. Genau. Ja gut, das passt auch hier hinten hin. Niedrige Dichte Büro. Das ist ja alles hier nicht irgendwas in hoher Dichte, ist ja klar. Das ist ja alles hier noch in so ein kleines Gewerbegebiet. Für so ein paar kleinere Firmen würde ich sagen, sowas würde man da durchaus dann gestalten. Vermute ich jetzt einfach mal ganz stark. Für so ein paar kleine Firmen, die sich hier in der Großstadt, in der Innenstadt drin nichts leisten können. Die kommen dann halt hier rein in dieses Gebiet, ne? Ich habe übrigens wieder neue Mods, die muss ich mal kurz suchen. Ich habe zwei neue Mods installiert, einen weiß ich davon sogar noch. Und zwar sind das ein paar so Vergnügungspark-Items. Es ist, glaube ich, ein Pack, da gibt es bisher einen Teil davon. Da kommen aber allerdings auch noch mehr, glaube ich. Und da ist, glaube ich, bisher eine Achterbahn und so zwei kleine Attraktionen dabei. Da muss ich mal kurz schauen, ob ich die gerade finde. Ich muss sowieso mal kurz Full-Unlock-Buildings hier machen. Wie links, ja. Bis zum nächsten Mal.